Herr Ledermann, Schaffner hat mit dem Jahresabschluss 2015-16 zum zweiten Mal in Folge einen Umsatzrückgang erzielt. Wie beurteilen Sie das Gesamtjahresergebnis? Das Gesamtjahresergebnis ist nicht befriedigend. Vor allem hatten wir Schwierigkeiten im Power-Magnetik-Bereich, wie Ihr erwähnt habt. Die Restrukturierung hat uns dort beschäftigt, weil wir sie restrukturieren müssen, weil die Märkte in wichtigen Teilen weggebrochen sind. Das ist im Zugmarkt, im Oil & Gas und im PV-Markt, also im Photovoltaik-Markt in Japan. Sie haben es schon angesprochen, auch in Ihrer Division EMC hat es aufgrund der geringen Nachfrage in der Photovoltaik ein Licht am Tunnel Ende zu sehen. Wir mussten einen leichten Rückgang hernehmen, das ist richtig. Photovoltaik ist auch EMC betroffen. Wir sehen aber sehr viel Potenzial im Bereich EMC, wo wir weitere Märkte oder auch Marktanteile dank einer hervorragenden Kostenposition erreichen können. Darum sehen wir hier eine positive Zukunft. Sehr gut läuft es bei der Division Automotive. Automotive ist ja eigentlich ein sehr konservatives Geschäft. Das kündet sich recht lange, wenn es Änderungen gibt. Wir sehen keine Trendwände im nächsten Jahr. Also der hervorragende Resultat des Vorjahres werden wir weitergehen. Im Bereich IWI, Elektro-Vehicle, das steht noch am Anfang. Da sehen wir gewisse Opportunitäten, gewisse Möglichkeiten für Schaffner, weil wir dort gerade unser Know-how im Automotive mit dem Know-how im EMC verbinden können. Aber es ist zu früh, um hier Voraussagen zu machen, wie wichtig das Geschäft wird, die Einverschaffner. Beim Ausblick halten Sie sich ja zurück. Sie erwarten mittelfristig ein Umsatzwachstum von jährlich 5% und ein EBIT-Margenziel von 8%. Wie realistisch ist denn das angesichts des anhaltschwierigen Marktumfeldes? Grundsätzlich wird Leistungselektronik immer wichtiger. Das wird für Schaffner Möglichkeiten eröffnen. Und genau diese Möglichkeiten und die Potenziale wollen wir wahrnehmen. Und darum sagen wir auch, die mittelfristigen Ziele von 8% EBIT und mehr als 5% Wachstum sind durchaus realistisch und von uns angestrebt. Wie gestaltet sich denn die Suche nach einem neuen CEO? Und stehen Sie allenfalls zur Verfügung? Grundsätzlich mache ich jetzt die Position als CEO an die Interim, konzentriere mich auf die Aufgabe. Natürlich ist das eine interessante Aufgabe, aber ich kann nicht weiter sagen, der Prozess läuft. Das ist das, was ich weiss und mehr weiss ich auch nicht dazu.